Hey Zuckerschnutten, herzlich willkommen bei Iwas Gaming und in einer neuen Folge Vigor. Ja, ich bin auf Sackbrook und guckt euch das an, ich darf alles neu entdecken. Ja, und zwar ist es so ein kleiner Bug anscheinend. Ebenso ist mein Shelter, wenn ich da starte, obwohl es voll ausgebaut ist, jedes Mal auf diese erste Stufe, also ganz merkwürdig. Sind euch noch ein paar Bugs so verfallen? Das ist jetzt so das erste, was mir auf Anhieb aufgefallen ist. Oh, und da geht es schon los. Ah, die sind alle bei einem Container, hä? Wo ist denn jetzt hier das Schatzloch? Mensch, komm, das wollte ich noch schnell mitnehmen, bevor wir... Äh, und irgendwie zählt es auch nicht. Also ich habe davor schon eine Runde gespielt und hatte da ja auch schon so ein paar Orte wieder aufgedeckt. Speichert es aber irgendwie nicht ab. Also es ist alles weiterhin unentdeckt. Obwohl ich eigentlich diese Medaille dafür schon bekommen hatte, dass ich auf jeder Map jeden einzelnen Fleck entdeckt habe. Aber ja. Wie ist der? Weg. Alles weg. Also ja, bei den Medaillen oder bei diesen Auszeichnungen... Medaillen sind es ja nicht direkt, ne? Habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Müsste ich glatt mal tun. Aber ihr könnt ja mal so drauf achten, was euch wieder so für verändern ist, was ihr so für Überraschungen entdeckt habt. Komm her, mein Kleiner. Hab dich zwar schon, der Kapit, aber trotzdem, ihr könnt doch da nicht vorbeigehen. Der war da so allein. Oh. Da ist ein Container. Und das ist schlecht wetter. Ach. Wir ping mal. Dahinter. Werden wir alle gepinkt? Dann liegt der hier oben wieder warm. Auch so ein kleiner Spot, wo sie gerne hängen. Frage ist, ist er da noch? Oder ist er schon weiter jetzt so... Ja, wir hauen mal einen Mörser drauf. Okay, wie geht? Guck mal, ob wir einen Hit machen. Oder ob der verduftet ist. Aber der ist verduftet. Ja, und ich denke, das Ding ist doch schon leer. Ihhh, so doof. Hätte ich mir auch sparen können. Das Ding ist aber nicht leer. Wahrscheinlich kriege ich gleich einen Headshot von hinten. Ach so, nein. Wo könnte der hingegangen sein? Einfach gleich raus? Hm. Ist das die Frage? Weil Antenne und der andere Tresor sind unten. Beim Sägewerk. Ja, dann gehen wir mal in die Richtung, wa? Hm, was soll man jetzt hier rumirren? Wenn der hier eh nicht mehr ist. So Zeit verplempern. Aha, ich brauche immer noch fünf... Ich glaube, fünf Kills mit dem Maschinewehr. Mal gucken. Ach, toll. Mensch, Erna, ey. Hat sie sich verletzt? Wartet, hört noch nichts auf. Ich will mitmachen. Oh, die Sicht ist so bescheiden. Ich sag ja Nebel. Nebel ist, wenn die Natur zu faul ist, die Umgebung zu laden. Telefon. Juhu. Das bleibt nämlich verdankend an. Hello. Ah, gut. Dann haben wir den auch im Blick. Gucken, liegt er aufs Dach? Jetzt pingt er. Der pingt. Der pingt. Der pingt. Uh. Na. Hm, hm. Ah, da. Der hat jetzt einfach noch rausgerannt oder hoch? Ah. Er ist raus. Wer hält sich? Komm her. Ich spiele in Kötz und Maus. Aus die Maus. Wo ist der? Das Telefongespräch ist wieder da drin. Aber wo ist der Typ hier hin? Na, wer hat, dass er Sicherheit hat? Oh je. Jetzt kam es echt drauf an. Wäre schneller. Oder besser nach. Oder ja, ein schneller nachlädt, ne? So. Muss ich leider meinen Ping versämmeln? Am Ende wieder, ne? Da renne ich jetzt falsch. Dann sage mal. Ne, ich bin richtig. Ich hab den noch nicht gesehen. Ah, hier kommt er rüber. Komm rüber. Komm. Komm. Ach komm. Kann er jetzt nicht sein. Oh, wieder ein Scope-Rinne. Passiert mir immer noch. Ich hab's noch nicht geändert. Ach, was willst du machen? So, jetzt geh ich erst mal. Geh ich mein Telefon. Ne, geh telefonieren. Ich geh einfach erst mal telefonieren. Vielleicht geht da ja noch einer dran. Dann looten wir ein Telefongespräch oder scannen wir erst. Das ist super. Immer noch mobilen Ping. Wie günstig. Das ist super. Manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben. So, jetzt haben wir noch ein Ping und ein F-Chin. Ach so, ich wollte gerade sagen, boah, Telefon klingelt. Moin. Ja, die Com-Station geht schon. Das heißt, der Drops kommt auch gleich. Noch ein Schatzloch. Können wir uns natürlich auch nicht nehmen lassen. Ach, der kommt doch hier runter. Na, wie günstig. Ja, dann gehen wir wirklich erst, äh, nach unserem Telefongespräch da oben auf dem Dach jetzt gucken. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier keiner drin Stellung bezogen hat. Die Körder schon was rum. Kann das sein? Ah ja, hier. Ja. Komm. Echt jetzt? Es sind nur noch drei Stück, man. Ich darf ja hier keiner. Nicht wahr. Gibt's doch nicht. Mann, oh. Kann auch nicht sein, dass es jetzt da dran scheitert, dass ich diese... Was wollte ich doch sagen, ey. Boah, schönes Feuerwerk. Schön. Ich treffe. Mein Telefon hat ihn abgenommen. Ach, Fischerdorf. Bisschen weit weg. Oh, das war knapp. Toll. Die tausche ich lieber gegen die. Erstmal Lutschmanagement mitten auf dem Dach. Kann man mal machen. So, dann nehmen wir das, 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 das. Oh, ich meinst, 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 meinst. Oh, ich muss doch lieber den Troll löschen. Und. Ja, komm. Das zeugt noch weg. Das zeugt noch weg. So, wo ist denn der Drops? Hier unten. Wir haben Pingel gleich nochmal, wa? Das ist auch derjenige, der am nächsten dran ist. Ah ja, denn. Gehen wir zum Drop, holen uns den noch. Und dann gehen wir raus, würde ich sagen. Er ist garantiert versemmelt, das Ding. Ja, Telefongespräch kommt und nicht, so wie es aussieht. Da ist so die Kiste. Habe ich eigentlich Treibstoff mit, falls es doch knapp wird, habe ich auch. Ja, dann. Ja, was sage ich. Das war so klar. Es war so klar. Aber da gönnen wir uns hier den Ausgang. Die Fahrt können wir bezahlen. Wo, schieb. Gib ihm. Na? Mit Trinkgeld. Ja, Telefongespräch ist raus. Der hat sich verduftet. Sehr schön. So. Naja. War doch recht erfolgreich. Zwickils. Wir haben den Drop. Wir haben den Tresorinhalt. Ja. War doch recht erfolgreich. Wir haben den Drops. Wir haben den Tresorinhalt. Zwickils. Ist doch super. Wenn es euch in der Falle hat, lasst mir auch gerne ein Däumchen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.